Michael, ja, ich bin da. Wann kommst du? Ich komme heute nicht, Deike. Aber wir müssen drehen. Ich habe keine Zeit. Wie, du hast keine Zeit? Ich kann heute nicht kommen. Du musst alleine arbeiten. Das ist ja eine schöne Bescherung. Ja, tut mir leid. Tschüss. Ich habe keine Zeit. Das ist ja eine schöne Bescherung. Deike, das ist ja eine schöne Bescherung. Daike, das ist ja eine schöne Bescherung. Daike, das ist ja eine schöne Bescherung. Deike, das ist ja eine schöne Bescherung. 那我为什么戴这个帽子呢?因为圣诞节快到了.那圣诞节的时候,我们有一个习惯,就是交换礼物呢.那交换礼物的德文怎么说呢? Bescherung. Die Bescherung. Das ist ja eine schöne Bescherung. 你 kann背oh das ist aber eine schöne Bescherung oder ja, das ist ja. Das ist ja eine schöne Bescherung! Das ist aber eine schöne Bescherung oder ja. Das sch芸 adam ist ja aber und ja, hier ist ein langweb als ja. Das ist aber keine schöne Bescherung. Das ist ja eine schöne Beschehung Denn聖誕節快到了,我就戴這個帽子 但是呢,我們兩個的那個對話呢 跟聖誕節一點關係都沒有 Das ist ja eine schöne Beschehung 就是說,那糟糕了,真糟糕 他就不高興了,很糟糕 因為我自己一個人,他自己一個人要上班 Aber eine Beschehung ist doch gut Eine Beschehung ist gut 但是你知道嗎,這個 das ist ja eine schöne Beschehung 有一點點那個諷刺的一種說法嗎 有一點譏諷的說法嗎 那不是真的要交換禮物呢 比方說 Ich muss zur Arbeit fahren, aber mein Auto ist kaputt 你看,他要去上班,但是車子發不動 那他說什麼呢 Das ist ja eine schöne Beschehung Oder, Daika,我要去買東西 然後呢,我要刷卡呢 我的那個卡不見了 還是我沒有帶錢了 那你說呢 Das ist ja eine schöne Beschehung 所以我們在想呢,聖誕節快到了呢 那我們今天不要跟你們說聖誕快樂德文怎麼說呢 因為我們學過,忘記的話呢 就可以再參考一下呢 我們就是要跟你說一個跟 Beschehung 交換禮物有關係的東西 但是呢 聖誕節比方說你沒有送禮物的話呢 我也可以說 Ja, das ist ja eine schöne Beschehung Ich habe keine Geschenke für meine Eltern Bin 就是這麼簡單欸 Untertitelung des ZDF, 2020